Gut, wir machen jetzt weiter mit der Wettkampf-Arena. Aus. Ja gut, ich denke mal, jetzt sind wir schön im Nachteil, wenn wir ja Darkus haben. Aber egal, wir versuchen es trotzdem. Ihr habt recht, hoffentlich sind wir gut genug dafür. Von diesem Kampf hängt alles ab, Leute. Zusammen gegen Marduk und Vladi Tor. Ja, wer immer von uns es bis zum Finale des Wettkampfs schafft, muss sie besiegen. Keine Sorge, Tigriera hat sich weiterentwickelt. Sie und ich, wir werden nicht verlieren. Wum, aber auch. Wir sind jetzt super. Okay, ziehen wir es durch. Und los geht's. Warten, warten, Kampf! Lass uns eine Pause machen. Ich will das nicht. Gut. Unser erster Kampf ist gegen die Wettkampfs von mir aus. Oh Gott. Oh Gott, wie viele Kämpfer sind das? Das sind ja acht, neun Stück oder so. Oh shit, hier ist der Elf steht aber gut aus. Oh shit, hier ist der Elf steht. Spielereins ist da. knowing was passiert denn jetzt oh mein gott die karte brauchen wir die brauchen wir nein ach so ne scheiße immer hab ich diese pech warte mal ich kann doch noch da rein oh gott ich sehe schon ich sehe schon wieder ich verkack es das ist die fehlkart karte ach so ne scheiße aber wird auch verkackt war zu gierig wird dann wird das nichts egal ich versuche trotzdem noch mal und wieder rein da in die olga komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon ach komm das ist doch zum kotzen jetzt bin ich ja noch auf die falsche karte gelandet ok sie landet einfach auf meine war gut von mir aus was ich jetzt einfach mache ok wir haben spezialschuss nee das machen wir erstmal nicht eine bessere idee nee was auch man das habe ich vergessen dass ich ja den scheiß spiegel haben ja super ach man scheiße ok wir sollten trotzdem noch mehr haben oh 20 punkte passt ok das ist super schießkampf natürlich schießkampf was auch sonst nein ok 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 Perfekt erste Karte für uns hier versuchen wir es noch mal bei mir sind sie nicht dieser komische Sphärenangriff Torkarte öffnen Zeitkampfstufe 3 das erste mal Zeitkampfstufe 3 das hatten wir auch noch nicht oh scheiße ja gewonnen ist das erst mal die zweite Torkarte reaper wow warte mal warum habe ich das gemacht Torkarte öffnen Zeitkampfstufe 3 ok aber wir das noch aufholen glaube ich nicht gerade gut ich habe ich habe verkackt oh sehr verkackt okay wir haben gewonnen ach man jetzt halt auch so diese dacos phantomscheiße da gemacht egal da spricht mein talent es ist schon fast an der Zeit für ein Spiel so gegen Jolie oh zweiter Kampf ist schon Schwierigkeitsstufe normal das war ne ja 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 in ordnung ok ich glaube wir werden aber erstmal wahrscheinlich er wusste jetzt sie nein was machst du denn auch kommen weil die karte und dann verkackt und dann die hat einfach verkackt egal wie eine neue torkarte und dann wäre es leonidas warte mal wir wollen ja erstmal suchen wieder ein bisschen zu bachen am hoch 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 mit dir und ich brauche diese karte neee auch mann nein ach nein das wollte ich nicht aber wir hätten es auch weiter bewegen können egal 450 und ja da so starke scheiß dinge ja mal spezial schuss das machen wir gerne dafür müssen wir aber die karte nehmen weil wir brauchen leonidas auf die andere also kann ich dich nicht bewegen oh mein gott ich weiß jetzt nicht mal auf welche karte ich jetzt drauf bin also ich hoffe auf die richtige ja okay wir waren auf die richtigen drauf alles gut guckt euch das an wir haben wir haben sieben oder punkte das das bringt ja auch nichts kampf stufe 3 ok 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 da wollen wir mal ich drehe doch nach links und rechts auch nicht kampf unser zweiter punkt und sollten wir das jetzt gleich hinbekommen wo sie macht und das haben wir jetzt mal leonidas die gebufft oder was war gut okay wir gewonnen auch wenn sie jetzt mal leonidas gebufft haben ja sie haben natürlich mein leonidas die gebufft arschlöcher und zweiten kampf geworden das ist schon fast an der jetzt haben wir kämpfen gegen licht typ das ist schlecht das heißt wieso haben wir alle keine nasen alles clean ist geworden ich ja 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 wo sie wirft der neutraut karte also verkackt von mir aus wir machen wir das werfen eine neue karte oder wir werfen neue karte wir könnten ja erstmal versuchen leonie das bisschen zu buffen indem wir den diese komische ach so eine scheiße wo ist diese blöde karte wird auf meiner oder seiner auf meiner 640 die hat ja gerade davon was gelabert dass ihr dinges was ich entwickelt hat ich weiß nicht wie man das machen kann dass ich das entwickelt glaube es geht irgendwann automatisch über story aber ich will auch ok wir könnten leonidas buffen was was machen wir jetzt einfach auch ok schießkampf ja leck mich am arsch ich hause schießkämpfe wir gehen ach komm ich hause es ich hause es ich hause es ich hause es glück ins computer nicht schnell genug so machen das jetzt so dann haben wir gleich gewonnen jetzt haben wir zwei punkte ja verkackt von mir aus das werfen wir unsere torkarte so leonidas und jetzt sollten wir eigentlich gewonnen haben wir kriegen jetzt erst mal plus 400 punkte mit sowas von haben wir gewonnen einfach 550 punkte kriegen wir 35 schon wieder power kampf zuvor drei höhere die ja ok was kriegen wir ihn, kriegen wir ihn, kriegen wir ihn links und rechts power schub oh mein gott, der holt uns hier ein! nein! ihr drückt doch nach oben und unten ok, das war jetzt gemein ja, aha, toll ja, das war jetzt scheiße war jetzt sehr blöd ich weiß gar nicht warum die grad so viele punkte auf einmal bekommen hat, das ist ja krass ok, wir kriegen aber auch 170 punkte ja super, wir haben jetzt alles reingesteckt in leonidas wir haben jetzt keine buffkarten mehr, was soll ich machen? jetzt kommt noch schießkampf nee, zeitkampf ich glaube aber nicht, dass wir über 100 punkte aufholen bereit kampf 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 ne eh, das hab ich mir gedacht verdammt, jetzt gerade macht ihr uns fertig Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass diese dunklen, die wir jetzt gerade haben, dass die ganz schön Nachteile sind und wir wahrscheinlich deswegen so Schwierigkeiten haben. Ihr werdet extra verkacken. 490, okay. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir diese Runde noch schaffen. Keine Ahnung. Was? Nein. Das ist in Ordnung, wir haben jetzt 60 Punkte weniger, aber... Wenn jetzt kein Schießkampf kommt, dann sollten wir es vielleicht schaffen. Aber gut, okay. Wir schaffen es, glaube ich, doch nicht. Ja, noch ein Schießkampf, super. Kotzen. Kampf! Naja, super. Ich merke gerade auch, wir kriegen echt wenig Punkte. Ähm, verkackt. Scheiße. Dann müssen wir uns was überlegen. Unglaublich, ich habe verloren. So Lyn, sp Explosiv, Conference. Ich bin er easy, ich bin überhaupt gut. Ich bin ein bisschen Manger und Lu Bright. Ich bin es nicht einfach, weil ich planate die Kameraan Intelligen. Scheiße, damit habe ich mal dann breathing können. Ich bin natürlich tam ese Büch.